Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir erledigen heute nach langem Hin und Her mal Daten. Unsere Aufgabe, das Licht. Und zwar das. Ja, das machen wir. Auf Karte anzeigen. Das wäre dann... Okay. Dann könnten wir uns... Sollen wir da hinlaufen? Komm, wir laufen ein bisschen. Ne? Preston. Ich muss eben gucken, welche Waffe ich habe. Okay. Hi, wie geht's dir? Wo habe ich denn meine Watz? Die mache ich natürlich auch noch Favorit. Und zwar kommt sie hier hin. Gut. Habe ich sie nicht ausgewählt. Dann habe ich sie jetzt ausgewählt. Ja. Mhm. Ja, komm Preston, wir haben was zu tun. Wir zielen los. Befreien ein paar... Bleib ruhig. Es war nicht deine Schuld. Hast getan, was nötig war. Okay. Komm, Preston. Keine Ahnung. So. Das machen wir noch. Und dann... Denke ich mal, ist wieder Zeit für eine Baufolge. Tempans Bluff sind mir zu viele Leute. Die holen wir dann alle hierher. Preston hat mir leer gemacht, oder? Oh. Hi, Preston. So. Hier ist auch nur einer. Schauen wir mal. Was für Gefahren uns wieder lauen. Ich glaube, hier gab es Ray da irgendwo. Da unten. Am Museum. Da können wir mal die Waffe dran ausprobieren. Okay, wir haben nicht so viel Schuss. Aber macht ja nichts. So. Preston. Gib Ruhe. Ey, mal die ganze Erde, babe, wenn du rennst. Ja, wie gesagt, ich kriege Preston aus seinem blöden Anzug nicht raus. Sonst hätte ich ihn mal repariert. Warte mal. Hier drüben. Ja, die... Reichweite ist nicht so prückelnd. Komm, komm, zum Meter. Schätze, wir werden das nicht mehr brauchen. Verdammt. Jetzt gehörst du mir. Oh, Kronkorken, Fusion 238er. So, was haben wir hier schönes? Fusion 238er. Ich sammle nur Munition. Improautomatik, Pistole 2 Stück brauchen wir nicht. Schrotpatronen, 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 Sonst nix. Preston, du hast mich gar nicht meine Waffe richtig ausprobieren lassen. Fusionszellen, Schrotpatronen. Sonst, na, nix. Was haben wir hier schönes? Kronkorken, Redaway, Klebewand, Sturmfeuerzeug. Oh, Kronkorkenvorrat. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn mit diesen Tastaturen rauskriegen soll. Vielleicht muss ich einmal... Weil es wackelt ja ganz schön, wenn er läuft. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht muss ich einmal mit den Tastaturen es versuchen. Ja. Versuchen wir das halt einfach mal. Wir gehen einfach strikt auf die Tür dazu. Wie lange es dauert? Keine Ahnung. Aber die Waffe, das muss ich nur ändern. Die ist... ...wirklich nur... ...sehr nah, nah. Also weit kann sie nicht. Aber gut. Oh, Preston. Und wer bist du? Siedler. Ach, hier sind wir. Preston. Wirklich, das nervt mit deiner Powerrüstung. Wirklich langsam. Gucken wir mal eben. Acht Leute natürlich und nur zwei Betten. Und kein Wasser. Kann man nichts machen. Ja, ist gemein. Ich weiß, aber... Das ist ja auch als nächstes hier dran. Im nächsten Part... ...wälte ich sowieso... ...ein paar Siedler hier wegholen. Nach Sanctuary schicken. Auch bei Tempines Bluff... ...wälte ich hingehen. Und dann schauen wir mal. Ja. Dann bauen wir... ...ich glaube noch ein, zwei Folgen sind wir in Sanctuary zu Gange. ...bis alles komplett super ist. Wäre ich auch noch drei. Man weiß es nicht. Und dann... Aber wir hätten da Autobahn gemusst, oder? Naja, egal. Jetzt laufen wir so. Und dann... ...was haben wir hier Schönes... ...kauen wir uns um... ...um Starlight Rifle. Oh. Oh. Da scheint jemand sie öfters zu besuchen. Und Blumen zu bringen. Hm. Kann man hier rein, oder was? Oh. Jo. Seve eröffnen. Wo sind wir jetzt gelandet? Immer lassen wir uns ablenken. Äh. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier? Äh. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ist das ein Drohung? Erkunden. Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Dreh dich um und geh. Und komm nicht zurück. Andernfalls wird das Folgen haben. Preston, ich denke, wir verschwinden. Ich seh nämlich grad, ich hab mein rotes Kleid an. Und ich möchte die Herrschaften nicht verärgern. Vielleicht haben wir nochmal hier... ...ne Mission. Komm Preston. Raus. Oh. Die Mord. Nein. Wir gehen erstmal raus. Aber okay. Gut zu wissen. Geheimer Eingang. Auf geht's. Ja, auf geht's. Warte, ich muss mich erstmal umziehen hier. Wer Meinung. Nee, den nicht. Mutanten. Türers. Das. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich dieses... ...Glückszeug anziehe da? Dann sind die zwei weg. Nee, dann zieh ich über meinen Volt an. Gut. So. Ja, passen gehen da drüben rüber. Blümchen. Blutblatt. Blutblatt. Da auch noch. Warum auch immer ich das einsammle. Vielleicht kann man ja Medizin mit herstellen. Ah! Komm, ich hab die Erdschung. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bresten machen wir. Oh, je lebe. Aber das waren alle. Mann ist so tief versunken durchs Ödland. Kommt so ein blödes Vieren. Oh, mein Herz. Das spielt jetzt nichts für mich mehr, glaube ich. So, bitte keine böse Überraschung mehr jetzt hier. Sonst kommen die Nachbarn und denken, was ist hier los? Oh, je. Nee, nee, nee. Wir können einfach hier rüber. War es mal ein Staudamm oder so hier? Hm? Könnte sein, hm? Ach, ich häng' fest. Ach. Blume. Ich muss mich mal eben ein bisschen heilen hier. Und dann nehmen wir hier so ein... Wenn wir noch was erahnen. Alex. Da, die Richtung. Oh, Mann. Was ist das hier? Bei Wasser sollte man ja auch immer aufpassen. Oh, ja. Hab schon gesehen. Wo ist mein... Oh, die ist so schnell. Siehst du sie? Ja? Preston. Pass mit deinem Ding auf. Es könnte böse mal für mich enden. Funk nach... Oh, es leckt wieder. Funk nach... Getrennte Familie. Ja, dem Funk singt... Nein, gehen wir auch mal nach. Aber jetzt nicht. Oh, Preston. Das wackelt wirklich so, hm? Wer wohnt denn hier? Leere Farbdose. Benzin-Kanister. Benzin. Oh. Ich hör's schon wieder. Wir müssen aber da rüber. Womit kommen wir hier hin? Wir müssen da rüber. Karawane. Ich denke... Wir können ruhig... Taka Memoria Bridge. Okay. Hier ist alles... voller Öl. Oder Benzin vielmehr. Preston ist ins Wasser gefallen. Besser. Da ist ne Falle. Okay. Ja. Wasser schon? Okay. Und... Wir nehmen mal einen Radaway. Und dann... Trinken wir noch einen Schluck Wasser. Oh, Preston. Mir ist das vorher nicht so wackelig vorgekommen, wie jetzt. Ist ja grauenvoll. Ich bin froh, wenn ich dich los bin. Oh. Hallo? Hallo? Ich dachte, wir wären freundlich. Hm. Das ist neidioot. Das ist neidioot. Ja, Preston, passt mit deiner... Aber ich liebe es, wenn du schmeißt. Ich sag ja schon nix. Fusionszellen, 45 Stunden. Das sollten wir nicht den Bündnern überlassen. Kampfrüstung. Fusionszellen, 10 Millimeter. Meinen das nicht drei? Oh. Ist hier so weit geflogen? Fusionszellen, 10 Millimeter, Lebo an am Spieß. Ey, sag mal. Karte. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ja, okay. Wir können jetzt so rum. Ums Dingsterbumster, so rum. Okay, okay. Nein, ich nehm kein Steam Pack. Ich nehme wieder... ...was zu essen. ...gekriegt. Da kommen wir noch einen. Oh. Okay. Ich habe den Retthirsch gegessen. Der sollte für schlechte Zeiten sein. Wenn wir nicht mehr tragen können. Naja, was soll's. Ja. Was gibt's hier noch Schönes? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Hier ist nix. Hab sie gefunden? Die Waffe taucht hier überhaupt nix, finde ich jetzt langsam. Ja. Hm. Knusprig geröstet, hä? Ach, Preston. Kannst du nicht aus deiner Powerrüstung raus? Hey. Warte da. Komm schon. Position halten. Bleib da. Warte mal. Warte da. Position halten. Bleib da. Ich würde dir lieber Rückendeckung geben. Aber okay. Und los. Verstehe. Ich krieg ihn hier auf seine Powerrüstung. Ich hab keine Ahnung. Was ist hier? Irish Prime Industries. Nee, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen jetzt das, was wir machen wollen. Jetzt geht's los. Okay. Okay. Dem Wachs ist die Waffe gut. Nimm die. Wo müssen wir hin? Wir müssen da rüber. Warum laufen wir hier entlang? Komm hier. Nein. Da liegt jemand. Kronkorken. 10 Millimeter. Patron 38er. Gut. Dann umrunden wir das Gebäude hier. Was ist los? Was ist los? Warum kann ich nicht mehr rennen? Was haben wir noch hier? Oh. So viele Viechereien. Klebeband. Raumschlüssel. Sollen wir mitnehmen? Okay. Lass uns mal gucken. Ich hab die Orientierung verloren. So, ist aber richtig jetzt. Schauen wir mal. Wir müssen hier aber bald mal da sein, oder? Funknachricht getrennte Familie. Ja. Hi. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Hund? Warum verkaufen? Warum verkaufst du sie? Ach, äh, ich will eigentlich gar nicht. Aber ich liebe Hunde und muss irgendwie Geld verdienen. Also züchte und verkaufe ich sie. Es geht mir mal wochenlang schlecht, wenn ich einen verkaufe. Aber dann gibt es einen neuen. Und es geht von vorne los. Wir sind im Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll, versteh mich nicht falsch. Ich möchte sie nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Ich kümmere mich um sie. Vergiss es, legt an dir zu verkauf oder nicht. Ich werde mich gut um sie kümmern, keine Sorge. Ja, okay. Du siehst nicht so aus, als würdest du sie essen wollen oder so. Du willst sie also wirklich kaufen? Hund kaufen? Nun, ich würde es tun, wenn ich das Geld hätte. Naja, vielleicht ja nächstes Mal. Ich hab gar kein Geld. Oh. Süße. Wir sehen uns. Irgendwann mal müssen wir in die Richtung. Nix drin. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ja. Die nächste Brücke. Dort drüben. Was hab ich? Wir haben Gesellschaft. Jetzt hau ich dir hin. Und ich brauch... Ich treff sie noch nicht mal. Und ich bin tot. Sie hat mich erledigt. Oh Gott, weiß wo wir jetzt abgespeichert haben. Ah, oh je. Wenn das am Popo der Welt ist, dann machen wir Schnellreise. Okay. Karte. Karte. Ach, wir sind hier. Wir müssen... ...da drüben, über die Brücke. Ah, die Lamm-Sack hier. Ja, nehmen wir das auch noch. Unser Weg ist dort. Ich muss mal auf die Karte gucken. Wir gehen jetzt. Ach ja, gehen wir über die Brücke. Nicht getroffen. Warte, da draußen ist... Wir haben Gesellschaft. Oh, pressen wir seine Granate wieder. Ach. Ach. Westen, mach was. Ja, du bist alleine. Ja, ich hoffe. So, Fusions der 10mm, Fusions der 45er Patronen, Sturmfeuerzeug. Fusionszellen, 10mm, Patronen, Compressen. Ich muss was essen. So, was haben wir noch? Ah, ich höre nicht ein bisschen. Und dann trinken wir noch einen Schluck Wasser. So. Mamma mia. Jetzt müssen wir wieder hier rum. Machen wir Riesenbogen jetzt. Jetzt geht's los. Na, auch so viel viel. So. Kronenkorken, Klebeband, Terpentin. Schrank ist leer. Kronenkorken. Kronenkorken. Huch, ich wollte nur die Kronenkorken. Kronenkorken. Komm, Fressen weiter. So. Dann. Würde ich mal sagen, komm. Das dauert mir zu lange. Oder? Karte. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, County Crossing kommen wir vorbei. Dann kommen wir da ein bisschen Schrott ablagern. County Crossing. Dann gehen wir mal County Crossing kurz vorbei. So. Machen wir das. Hast du das gesehen? Das sind aber viele. Ah, Preston. Du mit deiner Granate. Wo hat's abgespeichert? Halbautomatische Repetier-Feuer-Waffen. Ne, das machen wir jetzt nicht nochmal. Karte. Karte, bitte. Wir machen schnell Reise dorthin, ja. Ne. Das ist ja... Ne. Warte, da draußen ist was. Da sind sie ja. Wo? Oh je. Das... Ich bin währenddessen gestorben. Oh, gut. So. Machen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay. Karte. County Crossing. Ja. Jetzt hängen wir hier fest. Einen Sie? Ei, 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 ei. Ja. Legen wir los. Komm her. Wir haben Gesellschaft. Ah Oh nein, eine Waffe. Ja, Preston. Schön für dich. Nein! Nicht schon wieder. Das sind einfach zu viele. Ach, bis ich meine Waffe gefunden habe. Ich bin schon wieder tot. Oh, das Auto. Ich habe es so schreck gesehen. Sterben will gelernt sein. Oh je. Ich wollte damit schon durch sein. Oh nein. 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 Gott. Oh. Huh. Das wird nichts für heute. Metz. tot wieder nein, das wird heute nix irgendwie ne ja, Preston, interessiert mich jetzt nicht du mir auch ich muss rennen wir schaffen das schon bleib ruhig doch, langsam fachsendigke mit euch renn, renn 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 Hau dir noch eins rein. Stim back! Hau es dir rein und stirb. Ja, Mei. Moment. Hast du, mach was. Msch. 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 Ja! Stim-Pack. Und renn! Stim-Pack. Stim-Pack. Uch, Hing-Fest. Und bald habe ich keine Steampacks mehr. Hier ist irgendwas. Hier ist der Pack. Meine Güte. Was für ein Halligalli hier. Kronkorken, 10mm Patron. Sturmfeuerzeug. Oh, Preston, Preston. Das war ja mal wieder was hier. Action pur. Wo sind die anderen Leichen? Wo sind wir überhaupt hier? Laserpistole. Fusionzellen. Kronkorken, 8.30er Steampacks. Reddix-Lewon-Amt steht. Die haben die Powerrüstung. Von 40er, 38er Steampack. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Da achte ich's mir doch. Ich möchte mich nur bedanken. Für alles, was ihr tut. Hey, das weiß ich zu schätzen. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Hier, bitte, nimm das. Ich bin sicher. So, ich muss mal was abladen. Ja. Militäruniform. Dann hab ich die Sachen genommen. Vielleicht mehr Energie und Schadensresistent, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu 35. Ich weiß nicht. Oh je. Vorerst, dann krieg ich wieder ein Geschenk. Oh ja, klar. Oh ja. So. Plus ein linker Arm. Was ist plus eins Wahrnehmung? Ja, nicht so schlimm. Press die. Schieß los. Ja, schieß dich auch gleich los hier. Klar. Hier ist mein Vorrat. Ja, ich geb dir was, was wir mitnehmen nach Sanctuary. Oh je. Ich bin richtig Schachmarkt davon. So. Gut. Kann man was braten? Ich hab keine Ahnung. Was baust du da? Rotkäfersteak. Rotkäfersteak. Was ist das? Meierlöckfleisch. Leguan am Steh. Lecker. Stichflügelfilet. Okay. Ja, verlassen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich mach hier einen Break. Dann gehen wir endlich dorthin, wo wir hin sollen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps, Tricks, alles ist immer herzlich willkommen. Und naja, mir bleibt nur noch eins zu sagen, ich bin weg. Adios. Ja, ich bin weg. Untertitelung des ZDF, 2020